... Ah, keine Bogenschützen! Nicht mal keine Bogenschützen! Wir können die Maschinen einfach von der Mauer stürzen! Ah, Fahri, du dicker Mops, bewegt dich! Da sind Kisten! Da will ich ran! Ah! Entschuldigung! Ah, du mein... Entschuldigung! Was ist das für eine Teufelei? Ein Zaubergefühl! Bist du denn? Ich bin bei den Feinden, du kannst ja ruhig mal bitte Einsammeln! Ich kümmere mich grad an! Nö, ich bin von dahinten hier auch ganz gut dabei! Das ist ein Zaubergefühl! Kümmere mich um die Bogenschützen her! Los, schmeiß runter! Jawoll, Volltreffer! Oh! So, ich muss jetzt grad mal was ausprobieren! Hä? Wie sollte das gehen? Ah, so! Der Tod soll euch holen! Okay, das ist der Dingens... Erstmal gucken hier, wie das alles funktioniert. Achtung! Da oben! Das Dach stürzt ein! Ja, ja! Oh, oh! Gegner! Ach! 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 Shit! Ich hab... Ich hab... Kann Mana nicht mehr aufhören! Na, scheiße! Ach! 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 Schade, schade, schade! Ach! Schade, schade! Schade, schade! Die Kriegsmachinen müssen zerstört werden! Hado feine Macht! Hado alle Putte macht! Hado alle Putte macht! Kann doch durchgehen! Das hab ich jetzt auch nicht vermutet! Ach, durm ich ja schon wieder was! Oh! Shit! Belaram kann gerufen werden, um Feinde anzugreifen! Halte er... Aua! Ich bin am Lesen, man! Halte R2 oder L2 und drücke X, um Belaram zu rufen! Das hab ich jetzt gerade mal gemacht! Mh! Lecker! Belaram ist bereits in der Schlacht! Na gut! Ach, der mit! Alter, Zwerg! Greif mal an mit deiner Axt und mach hier nicht auf Armbrust! Du bist hier der Nahkämpfer! Ach, Crap! Headshot! Oh Gott! Mehr! Und Schuss, Paco! Uh, da liegt der... Cool! Bei dir ein Kopf er ist zur Teil! Oh, da liegt der Kopf... Äh, ist der Teil! Korb töten! Wir sind schon gut! Geh weg! Oh, eine ist ganz bisschen schön. Was bin ich immer wieder gebraucht? Obwohl, ich habe neun Heilsrank und noch einen Mana-Trank, aber ich brauche eher Mana. Das ist bei mir eher wichtig. Warte, ich habe davon fünf. Kann man die... Ja, die kann man auch geben. Cool, das wäre toll. Ups, ich wollte eigentlich mehr geben. Äh, anziehen. So kann ich... Hm, na gut, gebe ich dir also noch einen. Danke schön. Ich habe dir zwei gegeben. Ja, ich habe zwei erhalten. Dies schaut gut aus. Ja, okay, das muss man sich jetzt mal angucken. Du bist besser, wir wissen es. Nee, nicht wirklich. Wissere Wachanlagen. Bellaram, alte Socke! Äh. Die Mauer ist frei, gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Aber andere kämpfen noch in der Stadt. Womöglich brauchen sie unsere Hilfe. Könnten es Elrons Söhne sein? Ich weiß es nicht. Doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier. Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. Das ist doch ein Wort. So, was haben wir denn hier? Ach, hier ist schon wieder ein Händler? Ah, komm, kloppe ich mal den ganzen Scheiß weg. Oh, ich könnte eine Kopf bitte kaufen. Oh mein Gott. Wow, 316, genau. Ich habe gar nicht überteuert. Quatsch. Ah, ich guck mal, ob es hier irgendwas... Oh, aber den Brustpanzer nehme ich. Dann habe ich zwar keine Kohle mehr, aber ist mir wasch. Mh, der hat gar keine großartigen Waffen für mich. Kann ich den alten Schirm verkaufen? Könnte bei ihm nur die Klinge des Prospektors. Ein Handschwert. Na, vielleicht könnte ich... Was kostet denn der Spaß? Mh, könnte man sich sogar leisten. Könnte ich mal ausprobieren, ob ich die in die linke Hand nehme und den Stab in die rechte. Aber ich glaube, der Stab ist beidhändig. Gut, dass das alles nicht teuer ist. Ich guck mal, ich kaufe jetzt einfach mal das Ding hier. Dann probiere ich das einfach mal aus. Wie schaut denn das aus? Oh, ich habe sogar noch was eingesammelt. Ach, ich habe schon längst eine Kopfbedeckung. Gebrochener Knüppel des Reiseln habe ich eingesammelt. Yay, jetzt habe ich auch nicht steilig kaputt. Ja, okay, den Stab kann ich wirklich nur zweihändig benutzen. Das war irgendwie klar. Du... Ach, ich kann die Waffe für die rechte Hand noch gar nicht auswählen. Du kannst diesen Gegenstand nicht anlegen, da du die Fähigkeit zur beidhändigen Bewaffnung noch nicht entsperrt hast. Ist gut, oder auch nicht gut. Ja, jetzt fände ich mir wieder ab hier. Ein langer Gang. Ja, und da vorne ist ein großes Feld wahrscheinlich. Ja, es sieht nicht gut aus. Wir sollten Balaram zu unserer Hilfe rufen. Die Tür ist jetzt offen. Na dann. Ja. Ich habe nichts mehr. Jetzt schwere dich, bitte! Jetzt schwere dich, bitte! Ja. 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 Es wäre eine gute Zeit, um doch wieder abzumutzen. Nein. Ja. 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 Da oben ist eine Z oat in goin! Ja. Ja. Das ist die s mission. Ich glaube doch... Heute ist unser Sk seríaical. Ja. Oh, what the fuck? Oh, jetzt sieht er aber echt wie ein Waldläufer aus mit der Kapuze. Kann man hier runter? Oh, hier kann man runter. Wut. Ah, nein, ich wollte die... Da waren zwei Mana-Dränke drin, die habe ich jetzt beide eingesammelt. Troué. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ah, schon wieder eine Armbrust. Mann, ich will mal einen besseren Stab, ey. Noch eine Troué. Also, viele Toroen. Ah, so endere ich die Anzahl mit R3. Okay. Gut. Was? Ah, Hilfe! Okay, danke. Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so. So, was haben wir denn hier? Das ist ein bisschen besser. Noch was eingesammelt? Nee. Ah, ich habe wieder eine Armbrust. Ich glaube, ich gebe die mal Farin. So. Da hinten ist noch eine Troué. So. Yay! So viel zum Einsammeln hier. Ja, wenn dann richtig, ne? So, nee, da habe ich nichts. So. Gerade fängt der Ton bei mir wieder so ein bisschen an zu grisseln. Ich finde das nicht gut. Ich bin gespannt, ob man das auch in der Aufnahme hört oder ob das jetzt wirklich nur hier bei mir ist. Oh, was haben wir denn? Ah, schon wieder eine Klinge. Mann! Ich will einen Stab, ihr Penner. Ich kann keine Klinge ausrüsten. Oh, ich habe jetzt ein stylisches Schwert. Ach du Angeber. Ich hätte den kleinen Dicken hier nehmen sollen. Aber man kann ja glaube ich noch tauschen. Also ich könnte ihn rein theoretisch schon nehmen. Aber ich will das Vibe sein. Ah. Hier um geht's weiter. What? Ah! Hast du das auch gerade gehört? Ja. Das hörte sich nicht gut an. Ach ja. Ja, das kennen wir irgendwoher, wa? Veleram könnte uns hier helfen. Wow! Ja, natürlich! Und die trifft mich! Na komm. So, dann kannst du uns nämlich nicht treffen. So, dann kannst du diesen Schild zu sehen. Und ich glaube der Vogel hat gerade den einfach mal angefrecken. Der Vogel hat gerade den einfach mal angefreicht. So, wie auf der Foto herkommt. So, jetzt sollte dieser Blase nicht mal rausfallen. So, das ==== ====== Okay. Ah, ein Halt dran, super. Oh, der hat einen Brustschutz aus dem nördlichen Kondition. Das ist super. Oh. Achtung, der hinter dir ist auch wieder aufgestanden. So, jetzt ist er aber endlich hinüber. Und da oben ist noch ein Brustschutz. Ah, Gott. Ah! Scheiße! Scheiße! Kommt die denn alle her? Ja. So, Freunde der Nacht. Nein! Lass mich in Ruhe! Ach was, ist der Zweck schon wieder dran? Aua! Ah, keine Ahnung. Muss die hier mal ein bisschen weglocken hier? Nein! So, was ist die Maß? Yeah, Aufstieg! Ach du, Angeber. Ich bin auch so kurz davor, aber... Ich drücke R2 zum Schießen, Alter. Äh, da oben links ist auch noch einer. Ja. So, du kannst dich wieder ran holen. Oh. Wow! Ja, genau. Ja, genau. Mach sie alle. War's das? Oder kommt da nur mehr? Keine Ahnung. Da ist... Ich hör da links noch jemanden, glaub ich, aber... Ich... ...seh, glaub ich, nix. Ach ja, verteilen. Äh, Auto-Verteilung. Ja, ja, mach doch. Ich muss da nur ein bisschen warten. Oh, was ist denn hier vorne? Gibt's hier regulär weiter? Ja. Gämmen sie näher, gömmen sie ran. Ich bin unterwegs. Ich glaub, ich kann auch einfach... ...zack sagen. Und weiter! Und wir können einfach wieder durch. Mann! Oh, ähm, neues Ziel, der Mission tötet den Troll. Nein! 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 Wo ist er denn? Da! Den kann man doch nicht übersehen! Hi, Digga! Oh! Wach hin! Aber, aber... Ordentlich wird's auf die Zwölf gegeben. Nein, 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 nein! Geh weg! 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 So, nur noch eine. Geh weg! Komm, komm! Haut zu! Help! Geh weg! Geh weg! Hier, hier bin ich! Komm, schau! Oh, nein! Hier hin! Ganze Papa. Hier, wo der Dicke steht. Ja! Wow, das passiert ja absolut nichts. War ein guter Plan, aber... ...hat nicht wirklich was gebracht. Wir müssen ihn wirklich töten. Nur ich kann halt nur mal so alle 50 Jahre schießen. Oder irgendwas machen. Weil ich jetzt keinen Mana mehr habe und nicht mehr nachfüllen kann. Aber dafür 10 Gesundheitstränke. Ich habe keine Pfeile mehr. Wenn ich auf ihn einschlage, mache ich null Schaden. Also er zeigt mir nichts an, dass ich irgendwie was mache. Was für ein Dreck. Oh Gott, ich bin hier im Moment tot. Mein Ex-Milz-Milz-Milz-Milz. Rein pfeifen. Äh, warte mal. Nein, ich will nicht benutzen. Geben. Geben. Aua. Aua. Oh, ja, er ist tot, er ist tot. Ich habe dir mal gerade 5 Haltränke gegeben. Dankeschön. Da lag jetzt auch noch einer rein. Warte auf andere Spieler steht hier. Ja, ich kann jetzt weiter drücken. Ich glaube, hier liegt sonst nichts mehr, oder? Nö. Ich gehe mal auf weiter und ich kann dann auch gleich upgraden. Oh. Da kommt jemand. Einen Troll im Kampf zu besiegen. Das ist eine beachtliche Leistung, Freunde. Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Erlaubt uns, euch zu helfen. Immer gerne. Ich glaube, der Troll hat so ein Aggressionsproblem. Äh, der Zwerg. Ach, Quatsch. Zwerge sind so. Juntach. Hallo, meine Freunde. Mir wurde gesagt, dass ihr vielleicht hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Erlaubt mir, euch meine Gefährten vorzustellen. Eradan von den Dunedain und Farin vom Erebor. Dies sind Eladan und Elro hier, die Söhne von Elrond Halb-Elb. Es ist eine Freude, die Bekanntschaft solch geschickter und mutiger Krieger zu machen. Habt ihr drei den großen Adler befreit? Ja, er heißt Beleram. Das hast du gut gemacht. Aber was führt dich nach Vornost? Wir sind auf Wunsch Aragons hier. Doch warum sandte Aragorn euch nach Vornost? Hat er von der Goblin-Streitmacht hier erfahren? Es ist mehr als nur eine Ansammlung von Goblins. Wir waren bei den Waldläufern an der Sarmfort, als wir von Schwarzen Reitern aus Mordor angegriffen wurden. Das sind grausige Nachrichten. Aber das erklärt noch nicht, warum Aragorn euch hierher gesandt hat. Die Schwarzen Reiter stehen im Bunde mit einem Mann namens Agandar. Er ist der Anführer dieser Streitmacht. Ich fange an zu verstehen. Aragorn will, dass du Agandar ablenkst. Jawohl, das hast du richtig verstanden. Aber nachdem wir uns zusammengeschlossen haben, können wir mehr tun, als ihn nur abzulenken. Lasst uns den Kopf von dieser Schlange von Sauron abhacken. Einverstanden. Aber erstmal müssen wir ihn finden. Er ist sicher in der Zitadelle im Herzen der Stadt. Wir müssen versuchen, dorthin zu gelangen. Keine einfache Aufgabe inmitten dieser Ruin. Und eine Menge Orks und Goblins werden versuchen, uns aufzuhalten. Sollten wir getrennt werden, kämpft euch zur Zitadelle durch. Dort sammeln wir uns für unseren letzten Angriff. Wohl an. Lasst uns beginnen. Folgt uns. Gut. Wollen wir hier dann einen kurzen Cut machen, weil wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde. Ja. Ja? Ja? Gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter und folgen hier den Söhnen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018